Ja, hallo und herzlich willkommen zum 20. Teil der Videoreihe Buchführung Schritt für Schritt. In den vorherigen Videos habt ihr ja schon die wichtigsten Dinge gelernt, die man wissen muss, um sich in der Finanzbuchhaltung auszukennen. Aber achtet darauf, in diesem Video kommt jetzt das Allerwichtigste, nämlich in diesem Videoteil geht es um den Buchungssatz. Ich weiß, viele, die sich schon auskennen, wissen, dass Buchungssätze nicht so ganz einfach sind. Ich hoffe aber, ihr habt euch das entsprechende Arbeitsblatt besorgt und hier schon die Eintragung vorgenommen. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, ob ihr die richtigen Lösungen gefunden habt. In den vorherigen Videos dieser Videoreihe habt ihr ja gelernt, dass Geschäftsfälle die Bestände beim Vermögen und Kapital des Unternehmens verändern. Beachtet dabei bitte, dass die Geschäftsfälle nur Mehrungen oder Minderungen bei den Beständen auslösen können. Und Aufgabe der Finanzbuchhaltung, das haben wir ja auch schon gesehen, ist es nun, diese Geschäftsfälle lückenlos zu erfassen. In den beiden vorherigen Videos habt ihr dann gesehen, dass man in der Finanzbuchhaltung für jeden Vermögens- und Kapitalbestand entsprechende Aktiv- und Passivkonten führt. Ihr müsst also unbedingt wissen, was Aktiv- und Passivkonten sind und wie man hier Veränderungen einträgt. Und jetzt kommt eben das Besondere, in der Finanzbuchhaltung wird jeder Geschäftsvorfall in einen sogenannten Buchungssatz umgewandelt. Und wie man einen solchen Buchungssatz bildet, das wollen wir uns ja in diesem Video anschauen. Das Erste, was ihr dabei beachten müsst, ist, dass ein Buchungssatz eine Buchungsanweisung ist. Das klingt ein wenig abstrakt, bedeutet aber, dass man einen Geschäftsfall in einen bestimmten Buchungssatz umwandelt und man dann in der Finanzbuchhaltung aufgrund des Buchungssatzes sofort erkennt, zu welchen Veränderungen der Geschäftsvorfall geführt hat. Das Nächste, was ihr dann beachten müsst, ist, dass man bei Konten ja zwischen Soll und Haben unterscheidet. In den vorherigen beiden Videos habe ich euch ja erklärt, dass Bestandskonten, also Aktiv- und Passivkonten, zwei Seiten haben und dass man die linke Seite immer Soll-Seite und die rechte Seite immer Haben-Seite nennt. Und dann kann man daraus ableiten, dass ein Buchungssatz, also diese Buchungsanweisung, immer lautet Buche ein Konto im Soll und Buche ein anderes Konto im Haben. Auch das klingt jetzt alles sicher noch ein bisschen merkwürdig für euch, aber ihr könnt euch ja schon mal merken, dass ein Buchungssatz verkürzt immer Soll an Haben lautet. Und dieses Soll an Haben bedeutet eben, dass man jeden Geschäftsfall in eine besondere Form umwandelt und zwar, indem man die Veränderung, die er auslöst, auf der einen Seite im Soll und auf der anderen Seite im Haben erfasst. Und jetzt weiß ich, dass vor allem Anfänger sich immer fragen, was bedeutet eigentlich dieses An im Buchungssatz? Da solltet ihr euch mal merken, dass das im Grunde genommen gar nichts bedeutet. Also ihr dürft nicht sagen, vom Soll ins Haben. Das ist nun mal beim Buchungssatz so, ihr sagt einfach Soll an Haben und gut ist. Wichtig ist vor allem, dass ihr euch merkt, dass der Buchungssatz eine Buchungsanweisung ist. Ohne einen vorher gebildeten Buchungssatz können also keine Werte in Konten übertragen werden und das bedeutet dann also, dass man in der Finanzbuchhaltung jeden Geschäftsvorfall in eine solche Buchungsanweisung umwandeln muss. Das klingt zugegebenermaßen für einen Anfänger sehr kompliziert, aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal Schritt für Schritt an. Und zwar nutzen wir dazu folgenden Geschäftsvorfall. In der Finanzbuchhaltung liegt uns ein Kontoauszug vor und aus dem kann man entnehmen, dass die Tageseinnahmen auf das Bankkonto des Unternehmens eingezahlt wurden. Wenn ihr euch die vorherigen Videos angeschaut habt, dann kennt ihr den Geschäftsfall ja schon, denn wir haben damit ja schon häufiger gearbeitet. Und jetzt wollen wir ja diesen Geschäftsvorfall in einen Buchungssatz umwandeln. Das erste, was man als Anfänger machen sollte, ist, sich den Geschäftsfall mal genau anzuschauen und herauszufinden, welcher Beleg ist eigentlich die Grundlage für die Buchung und was dokumentiert eigentlich der Beleg. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum es natürlich sehr wichtig ist, dass ihr die Belege in der Finanzbuchhaltung kennt. Wir haben ja hier einen Kontoauszug vorliegen. Dann wissen wir schon, dass hier eine Veränderung auf dem Bankkonto dokumentiert wird. Darüber hinaus könnt ihr aus dem Geschäftsfall ja entnehmen, dass hier die Tageseinnahmen auf das Bankkonto eingezahlt werden und die Tageseinnahmen sind ja Bargeld, das heißt also, der Kassenbestand wird im Buchungssatz gleich auch noch eine Rolle spielen. Also merkt euch mal, das erste, was man immer machen muss, ist erstmal den Geschäftsfall zu verstehen. Und jetzt bilden wir einen Buchungssatz und dabei geht ihr am besten folgende Schritte durch. Im Schritt 1 überlegt ihr euch, welche zwei Bestände durch den Geschäftsfall verändert werden. Das habe ich euch ja auch schon erklärt. Zunächst einmal schauen wir uns immer nur Geschäftsfälle an, bei denen grundsätzlich nur zwei Bestände verändert werden. Das wird sich im weiteren Verlauf der Videoreihe natürlich ändern, aber wir sind ja Anfänger und wollen es erstmal üben. Also schaut euch den Geschäftsfall an, findet die beiden Bestände heraus, die durch den Geschäftsfall verändert werden. Und beachtet an dieser Stelle auch, dass es zunächst einmal keine Rolle spielt, welchen Bestand ihr als erstes und welchen ihr als zweites nennt. Wenn ihr den Inhalt des Geschäftsfalls verstanden habt, findet ihr natürlich sofort heraus, dass hier eine Veränderung beim Bestand Bank und eine Veränderung beim Bestand Kasse auftritt. Im nächsten Schritt müsst ihr euch dann überlegen, handelt es sich bei den Beständen um Aktiv- oder Passivbestände, also auf welcher Seite stehen die Bestände ursprünglich in der Bilanz. Und jetzt seht ihr, es ist ganz wichtig, dass man sich mit der Bilanz auskennt. Dann findet ihr natürlich sofort heraus, dass beide Bestände, also sowohl der Bestand Bank als auch der Bestand Kasse, auf der Aktivseite der Bilanz zu finden sind. Im nächsten Schritt müsst ihr euch dann überlegen, ob der Geschäftsfall eine Mehrung oder eine Minderung bei dem entsprechenden Bestand auslöst. Da wir ja das Bargeld, also die Tageseinnahmen, auf das Bankkonto einzahlen, führt dies bei der Bank zu einer Mehrung. Und wir zahlen ja Bargeld auf das Bankkonto ein, also führt dies zu einer Verringerung bei der Kasse, also beim Bargeldbestand. Ich denke mir, das war jetzt bisher sehr einfach für euch und ihr habt hier die richtigen Lösungen gefunden. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es noch deutlich schwierige Geschäftsvorfälle gibt, die man in Buchungssätze umwandeln muss. Deswegen mein Tipp, wenn ihr noch unsicher bei der Bildung von Buchungssätzen seid, könnt ihr an dieser Stelle selbst eine Kontrolle durchführen. Und zwar könnt ihr euch mal überlegen, ob eure Ergebnisse, die ihr bis hierhin gefunden habt, stimmen können. Also schaut euch mal eure Ergebnisse an und überlegt, ob eure Ergebnisse stimmen können. Und sicher erkennt ihr, dass hier ein Aktivtausch vorliegt, denn wir haben ja zum einen eine Mehrung auf dem Aktivbestand Bank und zum anderen eine Minderung beim Aktivbestand Kasse. Und das ist ja ein typischer Aktivtausch. Im nächsten Schritt wird es jetzt ein bisschen schwieriger, denn jetzt müsst ihr entscheiden, auf welcher Kontenseite die Veränderungen eingetragen werden. Und dazu müsst ihr euch jetzt natürlich mit den Aktiv- und Passivkonten gut auskennen. Die beiden Kontenarten habe ich euch aber in den vorherigen beiden Videoteilen ausführlich erklärt. Anfänger, die dabei noch ein bisschen unsicher sind, können dabei aber gerne folgende Vorlage nutzen. Ihr könnt ja nämlich nochmal sehen, dass bei Aktivkonten Mehrungen im Soll und Minderungen im Haben erfasst werden und dass das Ganze bei Passivkonten ja spiegelbildlich ist. Dann schaut euch die gefundenen Ergebnisse nochmal an. Bei der Bank erfassen wir die Mehrung. Achtung, es ist ein Aktivbestand, also erfassen wir das Ganze auf der Soll-Seite des Kontos Bank. Und bei der Kasse haben wir ja die Minderung. Auch das ist ein Aktivkonto. Minderungen erfasst man im Haben. Und dann denke ich mir, auch diese Lösung habt ihr richtig hinbekommen. Und im letzten Schritt erstellen wir jetzt die Buchungsanweisung, also den Buchungssatz. Und dabei müsst ihr jetzt beachten, dass man bei einem Buchungssatz immer das Konto als erstes nennt, bei dem die Veränderung im Soll erfasst wird. Jetzt schaut euch eure richtigen Ergebnisse einfach mal an. Wir haben ja die Mehrung auf dem Bankkonto, die wird im Soll erfasst und deswegen nennen wir das Konto Bank als erstes. Und beim Bestand Kasse haben wir die Minderung im Haben erfasst, deswegen nennen wir es als zweites. Und sicher erkennt ihr sofort, dass beim Buchungssatz die Reihenfolge der genannten Bestände eine wichtige Rolle spielt. Denn man nennt das Konto, bei dem die Veränderung im Soll erfasst wird, man nennt das Ganze auch gebucht wird als erstes. Und dann das Konto, bei dem die Veränderung im Haben gebucht wird. Unser Buchungssatz lautet dann also Bank an Kasse. Und jetzt schaut euch mal dieses Ergebnis an, denn das Ganze hat natürlich einen riesen Vorteil. Das habe ich euch in den Videos vorher ja schon immer wieder angedeutet. Auf der einen Seite, das weiß ich aus meiner Erfahrung, fällt vielen von euch die Bildung von Buchungssätzen am Anfang schwer. Jetzt müsst ihr aber beachten, dass wenn ihr alles vorher gelernt habt, ihr sicher hier zum richtigen Ergebnis kommt. Das heißt, die Bildung von Buchungssätzen ist sicher nicht ganz einfach, aber jetzt kommt der riesen Vorteil. Wenn man nämlich in der Finanzbuchhaltung den Buchungssatz Bank an Kasse vorliegen hat, dann weiß man als Buchhalter sofort, dass hier der Geschäftsfall zu einer Mehrung bei der Bank, Achtung, Aktivbestand im Soll gebucht und gleichzeitig zu einer Verminderung der Kasse führt. Achtung, Kasse, Aktivbestand im Haben gebucht. Und dann seht ihr, so ein Buchungssatz sagt eben sehr viel aus, denn wir haben hier eine Mehrung auf dem Bankkonto und eine Verminderung beim Bargeld. Hinzu kommt jetzt aber noch, dass dieser Buchungssatz ja nicht nur einfach ein Buchungssatz ist, sondern das ist ja eine Buchungsanweisung. Und was das jetzt konkret bedeutet, das schauen wir uns in den nächsten Videos natürlich genauer an. Jetzt üben wir das Gelernte aber mal anhand eines zweiten Geschäftsfalls, und zwar in der Finanzbuchhaltung, die durch eine Eingangsrechnung vorhanden aus der ist zu entnehmen, dass unser Unternehmen einen Büroschrank eingekauft hat. Und jetzt bildet ihr selbst den Buchungssatz, indem ihr die fünf Schritte durchgeht. Bevor man mit dem ersten Schritt beginnt, sollte man aber immer, das habe ich euch ja eben schon erklärt, den Geschäftsfall analysieren. Ihr seht ja hier, es liegt eine Eingangsrechnung vor und es wurde ein Büroschrank gekauft. Das hilft uns nämlich beim ersten Schritt jetzt schon weiter, wenn wir die Frage beantworten, welche zwei Bestände werden durch den Geschäftsfall verändert. Wir haben ja auf der einen Seite den Büroschrank gekauft und dann erkennt ihr sicher, das erhöht den Wertbestand bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Und wenn ihr euch die vorherigen Videos angeschaut habt, dann wusstet ihr auch sofort, dass die Eingangsrechnung zu einer Veränderung bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung führt. Diese Tipps habt ihr ja hoffentlich gelernt, denn die habe ich euch ja in den vorherigen Videos gezeigt. Im nächsten Schritt schauen wir jetzt, wo die Bestände in der Bilanz stehen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung steht auf der Aktivseite, die Verbindlichkeiten beim Fremdkapital auf der Passivseite. Und da wir ja einen Büroschrank gekauft haben, erhöht sich der Wert bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung und gleichzeitig erhöhen sich auch die Verbindlichkeiten, also die Schulden gegenüber dem Lieferanten. Jetzt kontrollieren wir unser Ergebnis. Wir haben eine Mehrung bei einem Aktivbestand und eine Mehrung bei einem Passivbestand. Und das ergibt schon einen Sinn, denn wir haben ja hier eine Aktiv-Passiv-Mehrung vorliegen. Und da wir eine Mehrung bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung, also bei einem Aktivbestand haben, erfassen wir das auf der Sollseite des Kontos Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei Passivkonten erfassen wir Mehrungen ja grundsätzlich auf der Haben-Seite. Denkt dran, Passivkonten werden spiegelbildlich gebucht. Und jetzt nennen wir den Bestand, bei dem die Veränderung im Soll erfasst wird als erstes, das ist dann die Betriebs- und Geschäftsausstattung, und den Bestand, bei dem die Veränderung im Haben erfasst wird als zweites. Der Buchungssatz lautet dann Betriebs- und Geschäftsausstattung an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Und jetzt zeige ich euch nochmal was Interessantes, was euch vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Denn beim Buchungssatz ist es sehr hilfreich, wenn man einen Bestand sicher kennt und weiß, auf welcher Seite man die Buchung auslöst. Schaut euch nochmal das Beispiel an, wir kaufen einen Büroschrank, dann wisst ihr sicher, dass man die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Soll buchen muss. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöht sich ja wertmäßig, es ist ein Aktivbestand, Aktivbestände mehren sich ja grundsätzlich auf der Sollseite, sodass ihr also wisst, ich buche Betriebs- und Geschäftsausstattung im Soll. Nun müsst ihr eigentlich nur noch aufgrund des Geschäftsvorfalls herausfinden, was der zweite Bestand ist, der verändert wird. Wenn ihr also wisst, dass das die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sind, braucht ihr eigentlich beim Buchungssatz gar nicht mehr groß nachdenken. Dann muss der Buchungssatz nämlich Betriebs- und Geschäftsausstattung an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung heißen. Klingt wieder ein bisschen kompliziert, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ihr müsst also nur bei einem Bestand sicher sein, dass er im Soll oder im Haben gebucht wird. Der andere Bestand muss dann automatisch im Soll bzw. im Haben, also auf der Gegenseite gebucht werden. Und das ist auch nochmal ein Vorteil des Buchungssatzes, der das Ganze enorm vereinfacht und vor allem dazu führt, dass Fehler viel seltener unterlaufen. Einige von euch denken jetzt bestimmt, mein Gott, so ein Buchungssatz ist doch schwieriger als ich dachte. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zwei Geschäftsfälle zur Übung Schritt für Schritt durch, damit ihr ein bisschen sicherer werdet. Und zwar zeige ich euch das jetzt so, wie man das als Anfänger am besten mal machen sollte. Wir haben die zwei Geschäftsfälle. Einmal liegt uns eine Quittung vor, aus der kann man entnehmen, dass das Unternehmen Rohstoffe gekauft hat. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kontoauszug vorliegen und aus dem kann man entnehmen, dass eine Eingangsrechnung bezahlt wurde. Jetzt streicht ihr euch im Geschäftsfall als erstes mal den Bestand an, bei dem ihr sicher seid, dass er sich verändert. Bei der Quittung ist euch sicher aufgefallen, dass wir hier Rohstoffe kaufen, das heißt wir haben eine Erhöhung beim Rohstoffbestand vorliegen. Und beim Kontoauszug erkennt man sofort, dass sich hier der Bankbestand verringert, denn wir gleichen ja eine Eingangsrechnung aus, das heißt das Bankkonto wird belastet oder anders ausgedrückt, der Wert auf dem Bankkonto verringert sich. Im nächsten Schritt, und jetzt kommt eigentlich das Allerwichtigste, müsst ihr euch unbedingt merken, auf welcher Kontenseite, also im Soll oder im Haben, Mehrung und Minderung erfasst werden. Am besten merkt ihr euch, dass bei Aktivkonten, da werden die Mehrungen im Soll und die Minderung im Haben erfasst. Das ist eigentlich das Einzige, was man sich wirklich merken muss. Jetzt werden sich viele denken, ja warum soll ich mir das denn bei Passivkonten nicht merken? Da müsst ihr euch dann einfach mal merken, dass bei Passivkonten das Ganze spiegelbildig ist. Merkt euch also, wie das Ganze bei Aktivkonten erfasst wird und denkt dran, bei Passivkonten ist es genau umgekehrt. Bei unserer Quittung wissen wir ja, dass der Rohstoffbestand sich erhöht, das ist ein Aktivkonto, bei Aktivkonten werden die Mehrungen im Soll erfasst. Und beim Kontoauszug, das wissen wir ja schon, verringert sich der Bankbestand, das ist ein Aktivkonto und Minderungen werden im Haben erfasst. Im nächsten Schritt wird es jetzt ein bisschen schwieriger, denn jetzt muss man aufgrund des Geschäftsfalls herausfinden, welcher zweite Bestand sich verändert. Bei der Quittung, denke ich mir, ist es einfach, da wisst ihr sicher, der Kassenbestand verringert sich. Wir kaufen Rohstoffe, also wird der Bestand bei der Kasse weniger. Beim Kontoauszug ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch hier habe ich euch ja ausführlich erklärt, welche Belege zu welchen Veränderungen führen. Da würde ich mir die Eingangsrechnung anstreichen, dann wisst ihr nämlich, dass der Ausgleich der Eingangsrechnung zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung führt. Und jetzt kommt eben der Vorteil, wenn man sich beim ersten Bestand sicher ist, dass er im Soll oder im Haben gebucht wird, dann kann man sich immer sicher sein, dass der zweite Bestand auf der anderen Seite, also im Soll oder im Haben erfasst wird. Und das ist eben ein besonderer Vorteil des Buchungssatzes, man kann hier nämlich eigentlich gar nichts falsch machen. Bei unserer Quittung wissen wir nämlich, dass der Rohstoffbestand im Soll gebucht werden muss. Wir haben eine Mehrung bei den Rohstoffen vorliegen. Und dann wissen wir ja, dass es zu einer Veränderung bei der Kasse kommen muss. Und dann weiß man automatisch, dass der Buchungssatz Rohstoffe an Kasse lauten muss. Man kann das Ganze immer nochmal kontrollieren. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass das stimmt, denn da wir die Rohstoffe ja bar bezahlt haben, kommt es zu einer Verringerung beim Aktivbestand Kasse und Verringerungen bei Aktivkonten werden ja im Haben erfasst. Und beim zweiten Geschäftsfall ist es auch recht einfach, denn da wissen wir ja, dass wir eine Verringerung auf dem Bankkonto vorliegen haben, wir erfassen das Ganze im Haben. Und dann haben wir ja gemerkt, dass der Geschäftsfall auch zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung führen muss. Und dann wisst ihr sicher, dass sich als Buchungssatz Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung an Bank ergibt. Auch das könnt ihr nochmal kontrollieren. Die Verbindlichkeiten sind ein Passivbestand, die verringern sich. Und Achtung, bei Passivkonten werden Verringerungen ja im Soll erfasst. Ja und wahrscheinlich schwört einigen von euch jetzt schon der Kopf, es ist ein bisschen schwierig am Anfang. Wie gesagt, wenn man das ein paar Mal übt, ist das relativ leicht. Und ihr werdet später vor allem erkennen, warum Buchungssätze wirklich viele Vorteile in der Finanzbuchhaltung haben. Und das würde mich natürlich am meisten freuen, wenn ihr versteht, dass das eigentlich ein Riesenvorteil für euch ist, wenn man Buchungssätze bilden kann. Wenn ihr das Ganze üben wollt, in meinen Materialien habt ihr ja ausführliche Übungsmaterialien. Und ihr werdet sehen, je häufiger ihr Buchungssätze bildet, desto einfacher wird es euch fallen und vielleicht macht es dem einen oder anderen sogar ein bisschen Spaß. Das soll es übrigens auch geben. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns im nächsten Videoteil wiedersehen. Macht's gut, bis dann, tschüss! Bis dann, tschüss!